Die Leute wissen ja nicht, dass ich ein Zauberer bin und deswegen zeig ich euch jetzt mal wieder, wie ich zaubern kann. Wir fangen an mit der leeren Hand. Und jetzt sagen wir 3, 2, 1. Und dann, und dann gibt es den Magic Hand Wave, den Magic Hand Wave. Und dann kommt da Papier raus. Einfach so nichts. Nicht? Sehr gut. Bonio, meine Freunde der Leichen- und Seichenunterhaltung. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Waffelpost. Das ist immer ein Zusammenschnitt von den ganzen Postsachen. Wenn dir das gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Ihr seht hier schon im Hintergrund, da ungefähr, da. Hier so, ich glaube, da sehen wir noch ein bisschen Gold Simulator auf. Und das wollte ich eigentlich heute noch aufnehmen, weil da viele Sachen neu sind. Das wird morgen auf jeden Fall wieder kommen. Wer auf Palutens Kanal heute vorbeigeguckt hat, weiß, dass ich mir heute echt den Arsch aufgerissen habe mit viel zu vielen Videos. Und ich jetzt auch noch bei ganz vielen anderen dabei war. Und ich habe heute echt keine Zeit mehr gefunden. Und wenn dieses Video nicht um, keine Ahnung, um 3 Uhr morgens kommen sollte, dann ist es heute. Wieder mal Zeit für Waffelpost. Aber da gab es ja auch viele, die in der letzten Folge gesagt haben, mach mir ja Post und ich habe noch so viel hier. Von daher, ey, why not? Und wie gesagt, Gold Simulator kommt morgen. Es wird höchstwahrscheinlich Leute geben, die jetzt wieder mal nicht bis zu einem Zeitpunkt geguckt haben und die dann schreiben, einfach auf, kein Gold Simulator heute. Ihr seid jetzt herzlich, wenn ihr bis hier geguckt habt, eingeladen, diese Leute in den Kommentaren darüber zu belehren, dass das denn morgen kommen wird, hoffentlich, wenn ich das alles hinkriege. Von daher, tobt euch aus, wenn ihr einen sehen solltet. Ihr habt meine vollste Erlaubnis, den Leuten eure Meinung zu geigen, dass die dieses Video doch bitte einmal gucken sollten, bevor sie rummeckern. Dankeschön. Namaste. Und Augen und Brüste. Ja, komm, wir fangen. So, das erste Paket ist von einem Fisch. Von einem Fisch? Eimi. Eimi. Okay, gut. Ich mach das auf, weißt du? Ich mach so ein Paket auf, ne? Ich bin echt ein Paketaufmacher. Und ich kann die so gut aufmachen, weil ich das früher geübt hab. Ich war früher so in der Schule, ey. Und ich hab da so was gemacht, du. Ich hab gewaltzahllastet, gewaltzahllastet. Hab ich wirklich. Und jetzt guck ich mir da rein. Ist das für mich der Brief? Guck mal. Ich hab so chinesische Schluftzeichen bekommen. Und da steht, hab dich lieb, Waffel. Am ging der Sünderga. Honda, Sünderga, Sünderga, Honda, Honda. Guck mal, so eine Waffe mit so einer Schleife. Voll der coole Zeichenstil, richtig, richtig feld. Dankeschön, Eimi. Erstmal danke, dass du diesen Brief liest. Kenja? Dankeschön, Eimi, für die netten Worte. Die Brückumschlag. Ihr kennt das. Ihr kennt das Prozedere, Mann, ey. Ich muss doch nicht immer wieder erzählen. Das machen nur Leute, die nicht cool sind. Und ich bin cool. Ich kann dir auch zeigen, wie cool. Ich kann nämlich so einen cool Tanz. Ich zeig dir das jetzt. Das ist mein cool Tanz. Ich bin ein cool Tanzer. Cool Tanzer halt, ne? Ich muss aufhören, da wird das echt so übel manchmal. Gut. Da hast du nicht viel drin, Alter. Und du willst ja? Da steht doch wieder nichts drauf. Ich hasse das, wenn die anonym versendet werden. Das ist ein T-Shirt, das ist ein T-Shirt, das ist ein T-Shirt. Malche. Guck mal. Aber hier war für mich die Party-End-Tipp. Wuhu. Hallo. Man sieht auch hier ihr Twitter und den ganzen Gedönsels hier. Warte falsch, da. So in at ig. Ihr wisst, was das heißt. Heißt ig. Ach, Instagram hat sie mir so gerade untergeschrieben, weil ich so ein alter Mann bin und das nicht weiß, natürlich. ig. Okay, gut. Das ist aber definitiv nicht für mich, denn da passe ich definitiv nicht rein. Das höchstwahrscheinlich ihr es dann, was die selber gemacht hat. Und dann muss ich das zurückschicken, dass ich nämlich ein Party-End-T-Shirt denke ich mal. Denn sonst ist das sehr optimistisch gedacht. Auch figurentechnisch für mich. Denn definitiv kein M. Und ich glaube auch nicht, dass es für Männer ist das Teil hier. Sekunde. Guck mal. Das tut mir immer so leid, weil die Leute nicht ebenso lange darauf warten müssen. Das ist voll das Wappen, Alter. Das ist so ein richtiges Wappen mit rein. Sind die krass? Sind die so Könige oder so? Post vor König? Vom Sachsen-Königshaus. Waffelrezept. Erster? Also ist das doch für mich das Top? In M? Nee. Hier ist nichts mehr drin. Ich schwöre. Aber das ist doch kein Männerding. Oder? Ich kann dir gerne zeigen, dass ich da überhaupt nicht reinpasse. So. Warte. Ich bin sehr zuversichtlich. Das sieht jetzt aus wie so ein Letzchen. Aber es ist okay. Okay. I whip my Paket back and forth. My Paket back and forth. I whip my Paket back and... Too much? Hier ist auch wieder was drin, Leute. Hier ist auch wieder was drin. Neben dem... Oh, oh, oh. Okay. Ich sehe schon coole Sachen. Was ist da unten drin? Segenigkeiten! Okay. Und Drogen? Oh. Und mit der voll sauberen Schrift. Ich habe ein bisschen Angst, wenn man sagt, bitte alles ganz genau durchlesen. Ich habe sehr viel Angst dann. Meine Prozentzahlen von weiblichen und männlichen Zuschauern sagen... Äh... Okay. Tanja. Tanja, danke schön für den... Teilweise sehr merkwürdigen Brief. Aber sehr netten auch. Danke schön. Und jetzt nochmal eine, wie sie es nennt, 0815-Zeichnung. Ich finde sowas aber immer noch cool. Und ich will nicht mal für... Guck, guck, guck. How to lick a YouTuber. Erster Schritt. Machen Sie einen YouTuber auswendig. Zweitens. Fesseln Sie ihn. Kleben Sie ihn in den Mund zu. Öffnen Sie Ihren Mund. Holen Sie Ihre Zunge heraus. Markieren Sie die von Ihnen gewünschten Stellen. Fangen Sie an zu lecken. Trocknen Sie ihn danach wieder ab. Rennen Sie weg. Eine Anleitung, wie man einen YouTuber ableckt? Also hier steht bitte nicht zu ernst nehmen. Aber... So, hier gibt's noch ein richtiges Paket. Jana hat echt einen Riesenumschlag gefunden. Und... Das heißt... Jana... Haha... Weiter, 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 weiter. Oh, da ist noch was. Oh, ich hab da genau reingepackt. Was ist das? Das ist ein Schlüsselanhänger. Was ist das genau? Das ist für einen Schlüsselanhänger, ne? Das ist voll cool. Danke schön. Erstmal sehr wichtig. Sehr wichtig. Ganz im Weg. Hier ist der Mix. Hier ist der Pigment. Oh, okay. Ja, bin ich. Ja, ich ist der Mischte Palut. Du bist ein Palut? Du bist? Wie dich? Ich bin der Big Man? Big Man? Das ist Mischte Max. Mischte Max. Das ist wirklich. So, und Stammermann. Das ist voll cool gezeichnet wieder. Guck mal. Ich find sowas voll cool. Ich hab sogar Dias, bitch. Und ein Emerald. Hahaha. Dias und Emerald, Alter. Dias und Emerald. Läuft bei mir richtig, ey. Weißt du? Nur mal ein Dias und Emeralds. Dann mach ich ja mal folgendes. Ich hatte nur das eine Blatt Papier. Okay, war ein bisschen peinlich. Alles Gute zu den 200.000 Abos. Jau. Äh. Ihr seht, wie lang man nicht mal Post liegen kann. Das ist immer wieder unglaublich. Einer geht noch rein, einer geht noch rein, sagt ihr. Ich sag auch. Gucken wir mal von Sashia. Okay. So, ich guck mal. Oh mein Gott. Da sind wieder so coole Sachen bei. Guck mal. Erstmal bin ich ja voll in sexy Polen so. Hallo, chigge lady. Well, geht auch bei dir. Und dann auf einmal so. So ein Schild. Und dann steht da so. Bitte, ähm, esst keine Waffe, Menschen. Danke. Und dann guck mal eine Waffe, die da rumkommt. Voll süß. Guck mal. Ey, die sind voll die guten Zeichnungen. Und immer wieder. Alter. Guck mal. Erstmal super süß. Sturmi. Auf so ein Waffekissen. Und jetzt zieht euch das mal rein. Das ist richtig gut, oder? Warte. Hä? 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 Okay. Ach, Saskia. Okay, das war auf dem links noch falsch geschrieben. Entschuldigung. Dankeschön, Saskia. Richtig, richtig cool. Die Bilder waren sehr, sehr cool. Danke, 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 Saskia. Der Rest ist natürlich weiter hierhin. Gelegt und fertig. Meine, meine, liebe Menschen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bestätigt damit eure Meinung zum Weltfrieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von WaffePost. Das, den Chisel hier probiere ich morgen fertig zu machen. Sei mal nicht böse. Ich habe heute unglaublich viel zu tun gehabt. Liebe in die Welt. Sorry, dass dieses Video auch ein bisschen später kam. Manchmal ist es einfach alles ein bisschen zu viel. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Bis morgen und dann tschüss.